Hallo ihr Lieben, wir haben es euch für heute versprochen und da ist es, das Verkostungsvideo zu unserer neuen Einzelfassabfüllung, die wir uns mit unseren Whiskyfreunden von der Firma Flickenschild-Vizita aus Itzehoe geteilt haben. Star Wars Single Gask, 3 Jahre und 10 Monate alt, Rotweinfass aus französischer Eiche, 240 Flaschen, 120 in Itzehoe, 120 in Oberhausen, gut, da wir am Montag ein Geschäftsjubiläum haben, durften wir heute schon mit dem Verkauf beginnen. Die ersten Pullen sind schon weg, der Rest wartet noch drauf, wie schmeckt er denn? Und das wollen wir euch jetzt hier erzählen. Also was ich vorhin schon als ersten Eindruck in die Notes geschrieben habe, ich habe zwischendurch nochmal nachgekostet, dabei bleibe ich auch. Das Ding ist in der Nase flüssige Schokolade gefüllt mit Marmelade aus Erdbeeren und Kirschen. Faszinierend finde ich aber. Der Alkohol ist wirklich fantastisch gut eingebunden. Aber in der Nase kommt das schon so richtig süß und cremig daher. Tolle Fruchtnoten dabei. Und, das reicht jetzt im Click & Dirty Video nicht, aber ich habe es vorhin gemerkt mit dem Glas auf meinem Tisch, das ich abgedeckt stehen hatte. Und im Laufe der Zeit kommen noch weitere Aromen dazu, der wird unglaublich vanillig noch dabei, richtig schöne Bourbon-Vanille. Und, er kriegt irgendwann hinten raus noch so ein bisschen Marzipan, aber wirklich nur so eine Spur. Also wer da noch ein bisschen was mehr entdecken will, der kann den gerne auch einfach mal etwas stehen lassen. Ansonsten wirklich. Schokolade hat es so als Grundton. Obendrauf die Fruchtnoten. Eher dunkel wie Kirschen, aber zwischendurch durchsetzt von so ein bisschen was Spritzigerem, Frischerem. Die Erdbeeren machen sich da bemerkbar. Und es geht jetzt schon los, wenn ich ihn so in der Hand habe und das Glas ein wenig anwärme. Dass sich die Vanille herausbildet. Richtig schön. Ich war echt gespannt, weil es ja nun schon einige Zeit her ist, dass wir die Probe im Glas hatten und uns entschieden haben, dieses Fass zu kaufen. Ja, ihr werdet es gerade gesehen haben in der Großaufnahme. Das wurde bereits im September letzten Jahres abgefüllt, aber von Australien her ist es natürlich auch ein Stück des Weges. Und das hat ein bisschen gedauert, bis das Fass jetzt endlich hier war. Einfach geil. Richtig klasse. Ich probiere ihn. Ich probiere ihn. Zu den fruchtigen Noten kommt hier so eine schöne Würze dazu. Wirklich, wie so eine Scheibe Toastbrot unten drunter. Da drauf Schokolade und da drauf Marmelade. Hinten raus macht sich auch jetzt schon die Vanille bemerkbar. Richtig kraftvoll hier auch oben. Ja, aber nicht zu stark, nicht zu scharf. Alkohol auch hier, gut eingebunden. Richtig schönes Ding. Kriegt ein bisschen mehr Würze, als er in der Nase hat. Was die Sache aber abrundet und verhindert, dass er wirklich zu süß, zu pappig süß wird. Schöne ausgewogene Mischung. Also, gefällt mir richtig gut. Deshalb war ich heute Morgen auch der Erste, der eine Flasche gekauft hat. Wie gesagt, inzwischen fehlen schon ein paar weitere. Wer sich nach diesem Verkostungsvideo angesprochen fühlt zu ordern, schlagt zu. Wenn es bei uns keine mehr gibt, Anfang nächster Woche wird es die dann auch bei unseren Freunden von Vizida geben. Die bekommen ihre Ware Anfang nächster Woche und werden die dann auch in den Online-Shop stellen. Das soweit für heute von uns. Vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Auch das zweite Video für heute. Und macht euch jetzt ein schönes Wochenende. Genießt die Zeit, was auch immer ihr anstellt. Wir sehen uns nächste Woche dann wieder. Bis denn. Ciao, ciao. 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 Vielen Dank.